Kürzlich las ich einen interessanten Satz. Da hieß es, Erfolge feiern kann jeder. Feier doch mal deinen Misserfolg. Feier doch mal deinen Misserfolg. Interessant, nicht wahr? Feier Niederlagen, Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen. Feier Dinge, die nicht so gut laufen, wie du es dir gedacht hast. Ich dachte darüber nach und empfand, dass das gar nicht mal so verkehrt ist. Weißt du, wir sind sowas von gepolt darauf, Erfolg in unserem Leben zu haben, dass wir die Dinge, die uns in unserem Alltag so begegnen, die unser Leben so prägen, sofort eintüten in das ist gut, das ist positiv, das ist Erfolg, wie auch das ist schlecht, das ist negativ, das ist Misserfolg. Wir sagen sofort, das ist etwas, was wir als gut empfinden und das ist etwas, was wir als schlecht empfinden. Aber weißt du, was das Geheimnis ist? Eigentlich sind die Dinge erstmal wertneutral. Und bestimmt kennst du das auch in deinem Leben, dass du sagst, wenn ich so zurückblicke, dann ist manches, was mir damals gut zu sein schien, hat sich herausgestellt, dass das gar nicht so gut war. Manches, was mir ein Segen zu sein schien, hat sich als etwas Negatives herausgestellt im Laufe der Jahre. Und andersrum, das erleben sehr viele Menschen, etwas, was mir damals ein Problem war, was damals eine Herausforderung war, etwas, was ich als damals negativ angesehen habe, hat sich letztlich zum großen Segen für mich entwickelt. Das hat beispielsweise Josef im Alten Testament erlebt. Er hat wirklich schlimmste Probleme in seinem Leben durchmachen müssen. Er wurde als Sklave verkauft, wurde verraten, landete im Gefängnis. Wirklich, schlimmer geht es fast nicht mehr. Und irgendwann kam er in eine Position, in die er niemals ohne diese sonderbare Schule, durch die Gott ihn geführt hat, hätte kommen können. Und Jahre später sagt er, eigentlich ist das, was geschehen ist, etwas sehr, sehr Gutes gewesen. Die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Probleme waren da, aber es ist etwas sehr, sehr Gutes dabei herausgekommen. Und ich lade dich ein, dass du einfach deinen Blick etwas erhebst und die Dinge, die dir widerfahren, die Geschehnisse deines Alltags nicht sofort in gut und schlecht eintütest und sie entsprechend beurteilst und darüber sprichst, sondern dass du sagst, warten wir mal, was dabei herauskommt. Warten wir einmal, was der Herr daraus macht. Warten wir einmal, was daraus geschehen wird. Warten wir einmal, ob Gott das nicht gebraucht, um etwas Gutes daraus zu tun. Gott sagt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass die Schwierigkeiten, durch die du jetzt vielleicht gehst, zum großen Segen in deinem Leben werden und dass du rückblickend sagen kannst, da waren Schwierigkeiten, aber der Herr hat etwas Gutes daraus gemacht. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020